So hallo, heute gehen wir wieder in die Disco. Das klingt total komisch. Egal, wir sind auf jeden Fall wieder ein Superstar-Polizist. You get it. Also, was haben wir beim letzten Mal gemacht? Schauen wir mal fix nach. Hier haben wir Finde alle Rüstungsteile, weil wir ja gesagt haben, wir wollen alle Rüstungsteile finden. Als neue Aufgabe gekriegt. Okay, du willst alle Rüstungsteile haben? Hülle dich in kampferprobte Vollkeramikpracht. Hinweis, dies könnte längere Zeit dauern. Ziemlich lange sogar. Vielleicht machen wir es nicht. Mal sehen, mal sehen. Also, es ist ja alles hier sehr flexibel, wie man dieses Spiel spielen kann. Ähm, genau. Aber, ich habe ja gesagt, wir gehen dieser Sache hier noch nach, weil Kuno hat mich ja belogen und jetzt sollen wir ihn nochmal aufsuchen. Und das werden wir jetzt tun. Da oben kommen wir wahrscheinlich eh noch nicht vorbei. Wie komme ich eigentlich hier runter? Ich habe keine Ahnung. Ich gucke einfach mal. Ja, guck mal, hier liegt es auf dem Boden. Geh mal da hin. Ah, da ist die Treppe. Okay, das ist wahrscheinlich eh. Das ist Geld. Nehmen wir mit. Perfekt. Am Mob vorbei. Ich finde es so toll, wie er mit seiner Tüte rumläuft. Das ist großartig. Da ist er. Der Junge. Der Junge wendet sich an dich. Es ist ihm egal. Okay, ich habe mit Manana über die Rüstung gesprochen. So? Ah, direkt was abgeschlossen. Das ist doch schön. Oh, neuer Fähigkeitenpunkt. Da muss ich gleich dran denken. Gut, also. Und? Er hebt seine Augenbrauen und vermittelt aggressive Gleichgültigkeit. You should thank him. Warum sollte ich das tun? Nichts. Der Tipp hat sich wirklich ausgezahlt. Gut gemacht, Kuno. Er sagt, du hättest ihm versprochen, die Bullen auf ihn zu hetzen. Ich soll mich für ihn bedanken. Hatte sowieso nicht viel Lust, die Rüstung zu suchen. Oder er hat gesagt, du seist jetzt der König von Gans. Jamrock. Nö, wir nehmen mal das Zweite. Ja, so? Kuno hat die Pigs auf ihn. Kuno ist ein Mann von seinen Wernern. Kuno hat deinen fatten Arsch rufen, wie ein Cello. Oh mein Gott. Schau, Kuno hat dich um ein paar Leute aufrufen. Kuno hat dich gespielt. Das passiert. Jetzt sollten wir und Kuno weitergehen. Gute Idee. Ja, lassen wir das hinter uns. Das werde ich mir merken, Kuno. Ist egal, Junge. Ja, komm, ist egal. Was ist das? Ich versuche, dich cool zu sein mit deinem neuen Arschluss? Kuno ist einfach so nett zu dir. Du hast verraten, schau. Jetzt schau dich aus hier. Nach dieser Scheiße. Du solltest etwas wirklich interessantes sagen, wenn du in Kuno bleiben willst. Ach ja. Ja, wirklich interessantes. Okay. Oh, schade. Meine Empathie ist zwar hoch, aber nicht hoch genug. Und ich habe minus eins, weil ich ja, ähm, zwar mit der Waffe auf ihn gezielt habe, aber natürlich nicht geschossen. Jo. Ähm. Gut, also, ähm. Ich mache es trotzdem. Ich meine, was kann ich denn verlieren? Schade, dass das, äh, viel geschlagen ist. Okay. Hey, Kuno. Meinst du nicht, du könntest den großen Kuno mal kurz abstellen? Reden wir doch wie normale Menschen miteinander. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Kuno, hör mal. Ich weiß, dass diese Grenzen austesten neu für dich ist. Aber für Erwachsene ist das Schnee von gestern. Oder? Kuno, während du hier Steine geschmissen hast, musst du jede Menge mitbekommen haben. Willst du dir Bema helfen, einen Mordfall zu lösen? Das könnte funktionieren. Okay. Haha, was bist du, fucking mentally handicapped? Bin mir gerade nicht so sicher. Kuno, sie haben jetzt fast einen Schnitz gemacht. Oi. Er ist auf sie. Kuno nimmt immer die Bedeutung über den Hammer. Ähm, er nickt wie ein großer Junge. Er ist unglaublich stolz auf sich. Mein Gott, was ist mit dem Lesen heute? Gut. Ja gut, ich habe deinen Schuppen gefunden. Ich habe die Platten beiseite geschaut. Ich habe mich per Phasensprung durch die Dachdeckenmaterialien... Das ist schon witzig. Aber, komm, äh... Feuer gegen Feuer. Und dann was? Du, fucking, da. Du, fucking, Kunos Kingdom. Er versucht, dich wieder zu fucking, Kunos. Oh, das sind ganz viele neue Möglichkeiten. Das ist ja schön. Also, was hat es mit dem Schweinskopf auf sich? Ich habe einen Teller voller Pulverrückstande gefunden. Weißt du etwas darüber? Was ist mit der Mag... Was? Was ist mit der Magnesolamtube, Kuno? Okay. Ist das da oben mein Mantel? Ich bin mir ziemlich sicher. Du zeigst auf dem Mantel, der Wind flattert. Kann ich über das Dach in den Haaren gelangen? Ich habe genug gehört. Passt er zu einem Schweinskopf auf sich? Wolltest du mir damit vielleicht eine Botschaft übermitteln? Ein Demotape? Wie bei einem Musiker. Ja, Kuno spielt auf Snuff-Radio. Fucks-Pigs. Live. Fucks-The-Heads-Off. Kuno ist ein Cop-Killer. Ja, sicher, oder? Okay. Ähm, ja, Pulverrückstunde. That's where Kuno gets his daily hit of electric. Kuno Shazam. Kuno rides the fucking lightning in there, Pig. Und deswegen ist er so drauf. Bet you'd like to ride the lightning too, wouldn't you? You feel tired and old. But you could have that sparkle in your eyes. Äh. Mal sehen. Okay, was ist mit dieser Tube? It's a vitamin pig. Don't you know anything? Er sieht dich an, als hättest du gerade auf die Sonne gezeigt und gefragt, was das sei. Das ist Magnesium, oder? Ja, it's the Mag. You fucking need that shit to stay on top of your game. Kuno goes through like a tube a day. Oh, mein Gott. Rips Mag like a motherfucker. And you could use a barrel. Ja, er könnte hinkommen. Oh, don't teach him, Kuno. He's gonna use it against you, Kuno. Komm schon, das ist nur Magnesium. Ich mache keine so große Sache daraus. Ich weiß alles über Magnesium. Ich fahre mir das ständig rein. Jawohl. You're not getting this, Pig. It completely takes away the Hangover. It's like you didn't do anything. Like you stay down playing with your Choo-Choo. Er sieht dich mit hervorgetretenen Augen an. Fuck you, Pig. Don't do Mag. You're gonna OD and you're gonna fucking die. Magnesium, die Droge unserer Zeit. Alright. Ähm, ja, ist das mein Mantel? Is it? You got pretty fucked. Kuno surprised you've still got your head after all that. Nach welchem Scheiß. Don't sweat it, drunk pig. Kuno will keep your nasty secrets. Kuno's not snitching. Okay. He's saying, you climbed up there. He probably saw you do it. Okay, also, habe ich den selber da hoch? Ich, wie? That explains the calluses on your hands. You scale the side of the building, entertaining the local kids. Okay. Gut, kann ich über das Dach in den Hafen gelangen? Of course you fucking can. How do you think Kuno made all the Docky Boys his Gimps? Just gotta fly, Pig. Das ist alles? Wie einfach? Ich muss springen, um da reinzukommen. In meinem Alter. In meinem Zustand. Oh, Mann. Kuno can't wait to see you shit your fat pants. Meine fette Hose. Ja, okay. Okay. Ich würde gerne noch mal zum Schweinskopf reingehen. Kuno decapitates, Pigs. That's just a Kuno demo tape. Okay. Wolltest du mir eine Botschaft übermitteln? Cooler Schweinskopf. Hat mir gefallen. Sondern habe ich auch gleich hier. Zeig es auf deinen Kopf. Er ist für einen Arsch. Wieso nicht? What? Ich habe Kim total vergessen. Der steht ja immer neben mir. What? What is this shit? Fucking on yourself. This is weird level shit. Kuno doesn't go there. Fuck you shit back to normal. What is this? Cool, habe ich Willenskraft zurückgekriegt. Also manchmal muss man einfach nur ein bisschen sich selbst in die Pfanne hauen. Als ob ich das nicht sowieso schon die ganze Zeit machen würde. Gut, ich habe genug gehört. Good call, Pigmeister. Don't come and talk to Kuno about his kingdom. Ja, ja. Machen wir. Wir gehen jetzt erstmal. Kuno doesn't fucking care. Ja, schön. Goodbye. So, wir haben Fähigkeiten. Punkt. Was können wir denn sinnvollerweise erhöhen? Ich weiß, dass ich manchmal mehr Punkte brauche, um bestimmte Dinge zu unlocken bzw. um bessere Würfe zu haben. Aber meine Psyche ist ja schon plus fünf quasi. Deswegen ist es eigentlich sinnvoller, was anderes noch zu erhöhen. Aber andererseits... Ah, das ist so schwierig. Das ist ein echt komplexes System. Das können wir mit Logik machen. Schöpfe dein ganzes Denkvermögen aus. Gehe der Welt auf den Grund. Ja. Rufe alle deine Kenntnisse ab. Zauberer faszinierendes Trivialwissen aus dem Hut. Praktiziere die Kunst der Überzeugung. Pflege rigiden intellektuellen Austausch. Gibt denn Darstelle Lüge und erkenne Lügen. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Man kriegt eh nur einen Punkt extra. Ja, ich mach das, glaub ich mal. So, dann haben wir... Plus eins Intellekt. Und dann nochmal plus eins für Schauspielkunst. Also zwei. Das ist doch... Das ist doch schon mal was. Gut. Jetzt gehen wir mal wieder in unser Büchlein. Karte. Hinterhofmauer. Konzeptbildung unmöglich. Ich hab immer noch keine Stadtkarte. Wie viele Stunden spiele ich von dieses Spiel? Und ich hab immer noch keine Stadtkarte. Okay. Aber hier sind noch meine, ähm... Checks, die ich machen kann oder auch nicht machen kann. Ich mein, legendär ist, glaub ich, echt noch ein bisschen hart. Okay. Dann... Müssen wir mal gucken, wie wir zum Hafen kommen jetzt tatsächlich. Oder das böse Wesen suchen. Ich mein, es lebt in einem Schornstein. Wo war denn der Gewerbeblock? Man kann doch hier raus so ein bisschen. Aber weiter geht nicht. Das müsste ja der Gewerbeblock sein, wo ich hier bin. Ich mein, ich hab hier ja geklingelt. Gucken wir uns das nochmal an. Naja, ich hab alle Klingeln schon gedrückt. Und die Tür selber. Ist zu. Right. Oh, haben wir hier noch was? Jawohl. Pfandflasche. So macht mein Geld heute. Okay, ähm... Ja, ich muss mich an den Aufträgen orientieren. Ich bin sonst, glaub ich, zu verwirrt. Zahle die Schäden. Ja, das wird so erstmal nichts. Finde Zigaretten und rauche sie. Erstmal nicht so wichtig. Ähm... Okay, mache deinen Ausweis ausfindig. Es ist unklar, wie man in einer so großen Welt wie dieser gezielt nach einer winzigen Plastikkarte suchen soll. Vielleicht stolperst du ja unterwegs einfach darüber. Wundergeschehen. Gut, das heißt, ich soll mich anscheinend ein bisschen genauer umgucken. Alles klar. Wer hat die Kleidung in den Müll geworfen? Ähm... Ach, schon wieder mit Kuno reden. Ich frage Kuno, ob er weiß, wie die Kleidung des Opfers in den Müll gekommen ist. Oder frage Gard, ob er weiß, warum die Kleidung des Opfers im Abwege. Gard war ja der... Typ vom... ...Hotel... ...Werling... ...In Racks, glaube ich. Boah, hier ist ja voll die Party. Ja, schön, es ist ja auch schon 19 Uhr. Ja, krass, hier geht's ja richtig ab. Da kann ich ja gucken, ob ich noch mit anderen reden kann. Und hier geht's rein. Da war ich auch noch nicht drin. Ah, guck mal, schauen wir uns das mal an. Die Teller trocknen. Sie riechen nach Chemikalien und Kiefern. Das muss ein guter Reiniger sein. Jetzt haben wir hier. Fotos von Männern in Arbeitsanzügen, die Waffen und Gewerkschaftsplakate tragen. Alright. Und hier? Geld. Geld, perfekt. So, hier haben wir auch noch was. Mehr Geld. Hör einfach das Geld mit. Der Geruch von Gewürzen, Alkohol und Tomaten hängt in der Luft. Das riecht nach einem sehr guten Essen, muss ich sagen. Das ist eine Tür. Ich spreche erst mal die Person an. Ein dünner Mann schmiert unter einem verhörten Husten, manchmal schmiert von seinem Muck. This must be the whirling's cook. Alright. As you step in, he nods toward the table and says something in a completely foreign language. The only words you can make out are Goranzi and Kubek. Okay. It must be his name. Goranzi. Goranzi Kubek. Wenn ich jetzt nicht gesehen hätte, dass das fehlgeschlagen ist, ähm, ja, ähm. Ähm. Guten Tag, haben Sie Zeit für ein paar Fragen? The man puts his cup down and replies something. His left hand drawing arcs in the air. Sie haben hier ja ein paar beeindruckende Töpfe. He smiles and bangs his ladle against each of his pots in turn. Das war dann wohl alles. Bleiben Sie männlich. Gut, äh, aus dem kriege ich wahrscheinlich nicht so viel raus, wenn ich seine Sprache nicht spreche. You see a heavy steel door with a prominent dimple lock. It's painted blue. You immediately feel drawn to the color. Blue is for mystery. Du berührst die Tür. Das machen wir. The cobalt blue surface feels rough to touch. The stainless steel door is flush with its frame on every side. Du drückst gegen die Tür. The door does not budge. Schade. Ich möchte wissen, wo diese Tür hinführt. You do? It's a door in the back of the kitchen. Why do you care where it leads? Das ist aber so schön. Ich liebe es, wenn Kim antwortet. Okay, dieses Kobaltblau wirkt anziehend auf mich. Sie ist Teil des Whirling and Rags. Irgendetwas an diesem Hostel hat mein Interesse gewirkt. Außer Betrieb. Vielleicht finden wir etwas, das für die Ermittlungen relevant ist. Sie haben recht, es ist unwichtig, gehen wir. Okay, das Kobaltblau wirkt anziehend auf mich. Es ist ziemlich schön. Ich glaube, wir können es in die Tür schauen. Als eine Seite-Investition. Ja, eine Mini-Nebenermittlung. Nein, die Tür ist eine Mega-Ermittlung. Die Tür und die eigentliche Ermittlung werden zu einer Stereo-Ermittlung verschmelzen. Oh, das macht mich so fertig. Okay. Okay, eine Mini-Nebenermittlung. Gart ist die Person, die das fragen, um das zu fragen. Der Cafeteria-Manager. Und noch ein Auftrag, weil es so schön war. Oh Gott, wo ist das denn? Äh, ja. Anyway, wir sind ja schon da. Also ich kann ihn ja einfach ansprechen. Ich kriege ihn nicht fokussiert. Ah, jetzt. Er zieht eine Augenbraue hoch. Ähm, das haben wir ja alles schon gemacht. Oder habe ich das nicht gemeint? Ich kann gerade nicht sehen, ob ich die Sachen schon... Ah, ne, die habe ich alle noch nicht angekriegt. Was? Okay, ähm, ja, das mit dem Müllcontainer haben wir ja eigentlich schon gemacht. Ich erinnere mich nicht genau. Ich verschmelze zum Detective. Okay, dann, ähm, machen wir gleich. Jetzt machen wir erst mal das. Weil das wird wahrscheinlich auf die Tür zurückführen. Gart, mir ist hier im Whirling eine Sache aufgefallen. Eine Sache, über die ich mit Ihnen reden muss. Was ist das? Ich habe ein Schild gesehen auf dem Stand, dass die Kantine für die Gewerkschaft reserviert ist. Hinten in der Küche befindet sich eine geheimnisvolle blaue Stahltür. Oh, ja, die Tür, sicher. Es gibt nichts mysteriöses über die Tür. Es ist nur eine Tür. Okay, wissen Sie, was sich dahinter befindet? Verfügen Sie über... No, I don't have a key. I don't know how to get there. I don't care either. It's not like I've been wondering about it for 10 years. It's just a Fritt warehouse probably. Okay. Or some boring storage space with a bunch of old junk and dust. Junk and dust. Er streift mit seinem Finger über die Theke, um zu prüfen, ob sie staubig ist. He's attempting to maintain an air of indifference. It's absolutely not convincing. Ich glaube, Sie wüssten gerne, was sich da hinten befindet. Oh, wieder Willenskraft zurückgewonnen und Erfahrung. Das ist doch schön. Ja, dann fragen wir das mit der Gewerkschaft auch direkt. Yes, not the whole damn union, thank God. Just the nastiest and loudest faction. Er wirft voller Verachtung den Kopf zurück. They come here in the evenings. Dumb, unruhly types. Think they're big shit. But they're good customers. They place big orders and always pay on time. Das war ein richtiger Seitenhieb auf mich. We should find out who this loud faction is, occupying the booth. Loudness means talkative and we need info. Okay, neuer Auftrag. Finde heraus, wer sich im Gewerkschaftsraum aufhört. Wie wollen wir sie finden? We don't. We have to wait. They'll show up sooner or later. Men get hungry. Even men on strike. Ja, das stimmt. You glance at the clock on the wall behind the manager. Huh. Es ist nach 16 Uhr. Auf dem Schild stand Einlass, 16 Uhr. Warum ist noch niemand in der Kantine? Good question. Er wendet sich dem Cafeteria-Manager zu. They're probably getting drunk or protesting something somewhere. Or laying low after the, you know, lynching. Whatever he may feel about you, he can't miss the opportunity to throw you a look of what he assumes is sheer understanding. Go with it. Okay, du nixweise. Ja, ich glaube, ich verstehe sie. Yeah, yeah, the union guys think they're untouchable. They probably fucking killed that guy or something and now think they can hide out till it all blows over and it's fair weather again in Martinez. Ups. Hmm. I have a feeling we'll make their acquaintance sooner or later. Okay. Gut, das behalten wir dann mal im Hinterkopf. beziehungsweise, das wird ja sowieso in mein, ähm, kleines Büchlein notiert. What? Ist so genervt von mir. By the way, you should come back to this thing-based questionnaire, if you see anything interesting in the whirling later. Alright. Ähm. Ja, ich spreche ihn jetzt nochmal auf den Schlüssel an. Thanks. I hope you found what you were looking for. Ich habe die Kleidung des Opfers gefunden. How strange. I certainly didn't put them there. Vielleicht erinnern sie sich einfach nicht mehr daran. Vielleicht sind sie schlafgewandelt oder waren in einem Dämmerzustand. Könnte es sein, dass einer ihrer Mitarbeiter sie dort reingeworfen hat? Wer hat sonst noch einen Schlüssel für den Müllcontainer? Die Trash-Kollektions-Service? CS Municipal. Ich sehe nicht, warum sie nichts in den Trash stellen würden. Ja, die holen ihn wahrscheinlich ab. Ah, die elusive CS Municipal. Ich glaube, wir werden hierher beobachten, wer hier vorhin und wann. Das wird einer dieser kleinen Gefahr sein, die sich selbst auf der Straße verhindern. Okay. On Clinton Street, near the Boogie Street Diamond, a small truck rattles down an Alleyway. It stops by a rusted trash container. Two men, their faces rough and swollen, jump out. They look at the container despondently. CSM is written on their backs. Thank you anyway. Thank you anyway. Okay, dann mache ich jetzt auch noch das Erste. Entschuldigung. Okay, könnte es sein, dass einer der Mitarbeiter das gemacht hat? Sylvie hatte die Chancen, bevor ich hierher gekommen bin. Und ich kann für sie. Ich kann für all meine Strafzene. Keine von uns würde mit der Schraubstelle tampern. Sicher. Na gut, reden wir über was anderes. Yes. Also wegen meiner Schulden. Yes, have you got it? Wie viel schulde ich Ihnen nochmal? A lot. A lot, lot. For the room, drinks and broken window. 130 real. Ja, so viel habe ich tatsächlich noch nicht zusammengesammelt mit meinen Flaschen. Reden wir über was anderes. Like what? I was really enjoying talking about the money you owe me. Okay, wir gehen erst mal wieder. Hier sind ja noch andere Leute. Mal angucken. Ah, das war nicht die Person, aber eine Flasche. Das fühlt sich richtig an. Du gehörst hierher. Ja, aber ich habe noch keinen Song, deswegen kann ich noch nicht performen. Das kommt vielleicht noch. Kann ich irgendjemand von denen hier anquatschen? Mal schauen. Ah, der ist aktiv. War der aktiv? Ja, der ist aktiv. Nichts geht über Geld. Okay. Und du? Oh, mit meinem Körperapparat kann ich das natürlich... Ja, komm, mach, 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 mach. Yes. Es gibt nur einen Weg, um dieses Bösenidol aus seiner Flasche zu wachen. Ruh, wie eine Hurricane. Ruh, die Gebäude aus der Erde. Wachen Sie auf, das ist ein Befehl. Ich vertrete das Gesetz. Du gibst keine Worte von dir, nur ein Urschrei. Ja. Der Mann in den 30ern hebt langsam den Kopf und betrachtet dich nachdenklich. Sie sind am Leben? Ich dachte, sie hätten den Löffel schon abgegeben. Ich wollte nur sehen, was passiert, wenn ich brülle. Sie müssen sofort ein paar Fragen beantworten. Sie sind am Leben. Warte, was? Ich war nur schlafen. Was willst du, Officer? Ist in ihrem Traum etwas Interessantes passiert? Erzählen Sie mir von Wild Pines. Du zeigst auf die Aufschrift auf seinem Arbeitsanzug. Okay, warum schlafen sie hier, während die anderen draußen streiken? Das ist doch gut. They got it. Measurehead's got it. He's guarding the gate. I just getting some sleep. Thor was. Right. The way he says Measurehead implies ultimate trust in this head reckoner's physical prowess. He seems like a worthy rival. You should slay him. Oh Gott. Vielleicht auch nicht. Ähm, okay, erzählen Sie mir von Wild Pines. Das ist der Name meiner Mitarbeiter. Ich arbeite in Logistik. Er klingt nicht zu enthusiastisch über das. Gott, wie läuft das so? How's it going? How's it going? Der Hafenarbeiter gähnt lange und starrt dann auf die Terrassentüren der Cafeteria. An dem Glas funkeln ein paar Fingerabdrücke. Haven't you noticed what's going on outside? Natürlich, ein totaler Affenzirkus. Ich habe dieses Gebäude bisher fast überhaupt nicht verlassen. Ja, der Affenzirkus. Good. Then you understand the just of it. We would all be better off without the employers and their employment. Uh, wait a minute. Uh, that's a subject to discuss. Per one, I can get some goddamn shit I right to sleep, I say. Wer hat den Streik organisiert? Heißt das, es gibt keinen Anführer? Okay, I guess there is also Everard. He's in charge of the Union. He's smart. Knows how to negotiate. He's got our back. Das ist doch mal eine gute Info. Was ist mit der Leiche im Hof? Yeah, what about it? Sie scheinen das gelassen zu sehen. Hingen hier oft Leichen in den Bäumen? You know, people die hier jeden Tag sterben. Someone's found in a ditch, another one falls in a manno, a third one gets eaten by straight dogs. Er macht eine Pause. If someone has decided to die on top of a tree, then how is it my concern? Jemand muss dazu Ermittlungen anstellen. Und es sieht so aus, als ob ich dieser jemand bin. Sagen Sie mir also, was Sie wissen. Tja, dann bringt es gar nichts, Sie nach der Leiche zu fragen. Ich habe noch andere Fragen. Ja, jemand muss Ermittlungen dazu anstellen. Oh, ich kann dir das erzählen. Trouble zu hören. Oh, okay. Es gibt bereits Ärger, oder? Wie würden Sie es nennen, wenn ein Toter in einem Baum bammelt? Oh, neue Information. Okay, Moment, wer sagt das? Wollen Sie sagen, dass es hier zu Handgreiflichkeiten kommen würde? Äh, könnte. Okay, Moment, wer sagt das? Everyone. It's a local rumor. Again, plötzlich. Okay, Handgreiflichkeiten. You heard what I said. Draw your own conclusions. That's all I know. And I prefer to keep it this way. The lieutenant gives you a little nod. Then makes a note in his blue note. Sehr gut, Kim. So Union-People think he was a killer. He thinks. Even sleepy hair. This doesn't help a lot. But it's something. Good work, Detective. Danke schön. Danke, Korpsgeist. Danke. Okay. Ist das Ihrer? Du zeigst auf die Flasche und die Rumlache. Sehr gut herum. Und du sagst nichts. He rubs his face before burying it in his hands. You can hear a faint snore. Der ist wirklich müde. Okay, ich lass ihn mal schlafen. The dockworker doesn't answer. His head is already back down on the table. In sweet sleep. All right. Ähm, ja, gut. Was haben wir... Ui, der Speicher hat gerade ein bisschen gehackt. Was haben wir gekriegt? Hier nichts Neues. Das hatte ich auch schon vorher. Ist auch gar nichts Neues hier drin. Aber, naja, okay. Vielleicht bin ich auch einfach nur verwirrt. Ich glaube, ich habe ja vorhin auch was weggegeben. Den Schlüssel. Ja, das kann sein, dass es dann aktiv war. Gut. Was haben wir hier? Neue Info. Wir haben Guard gefragt. Wir können Kuno nochmal fragen. Und wer sonst hat unbefugten Zugang zum Müllcontainer des Whirling? Finde diese Person, dann weißt du, wer sich am Tatort zu schaffen gemacht hat. Das kann eine Weile dauern. Gut. Wenn es eine Weile dauert, dann machen wir das natürlich beim nächsten Mal. Was für ein smoother Übergang. Also, ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge, wenn wir wieder natürlich ein Superstar sind. Weil was sind wir sonst? Bis dahin. Ciao. 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 Eu.